Wie sind wir auch noch nicht gewesen? Nee. Da hoch? Oder da runter? Ähm. Wir müssen eigentlich hier durch. Hier kommen wir durch, ja. Äh. Also wahrscheinlich hier runter erstmal, ne? Nee, das war da oben. Echt hier? Nee, nee, wir müssen da oben. Was ist das denn? Ist das ein Knochen da vorne? Äh. Wo ist das? Was ist das? Nö, da will ich nicht hin. Äh, liegt das? Liegt das da so immer? Ist tot. Ah! Oh mein Gott, ich habe mich nicht schreckt. Das erste Mal, da ich mich heute erschrecke. Ich habe mich immer wohl vergabt, ey. Was ist denn? Hinter dir. Die gucken, was das da an und dann so, Bäm! Was ist echt? Der regeneriert Rüste, oder? Ja, wenn man sich auf den Schaubs steckt. Bäh. Komm doch mal her jetzt. Jetzt haben wir ihn doch nicht. Ey. Was ist denn? Oh Gott, ich krieg voll Panik gerade. Ja... Ja, wir können ja nix machen hier. Ich dreh durch! Warum ist der so? Warum ist der so? Warum tut der so? Oh Gott. Ich hab jetzt keinen Antidepressiva mehr. Habt noch was? Was ist da drin? Da ist ein Ausweiter, kenn ich schon. Was ist das? Schachtelmetall. Ich kann ja eins geben, brauchst du? Äh, Antidepressiva? Ja. Weiß ich nicht. Da ist auf jeden Fall noch ein Verbandskasten drin. Ich hab nämlich noch einen Ausweiter. Kenn ich noch nicht? Nee, kennst du schon? Ja. Oh mein Gott. So. Was ist das mein Ding hier? Ähm... Ja, wir kriegen jetzt einen Hysterischen Anfall. Und nicht hier? Whisky. Wodka. Ach, hast du noch Antidepressiva? Ja. Ja. Ja, dann nehm ich einen. Komm her. Ich geh da jetzt hin gucken. Oh. Wird mir schon ein bisschen leid, wenn das mal so liegt. Irgendein Mensch hat das ja irgendwie gezüchtet, ne? Siedlung, Sumpfdorf. Es kann ja nichts dafür sein. Es ist eine Siedlung. Was? Es ist Siedlung. Oh. Sumpfdorf. Weil es kann ja nichts dafür, dass es gezüchtet wurde. Oh. Und er geliebt hat, das Vieh. Ich ahne. Oh. Oh. Oh, das ist bestimmt voll schön gewesen, als es Sumpfdorf geliebt hat. Ja. Guck mal. Hm. Ja, wir bestimmt drauf was. Wir müssen ja trotzdem zum Biologen. Oder wie ist der hierher gelaufen? Keine Ahnung. Vielleicht gibt's den zweimal. Hallo! Ist jemand... Hä? Hä, ist gar keiner. Äh, da hinten... Da hinten ist voll die Aktion. 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 Sind das die Siedlungstypen oder sind das Feinde? Ähm. Was? Die sind gar keine Leute, ne? Ist mir die vielleicht die erste aufbauen, die Siedlung? Hm. Wahrscheinlich. Ich habe schon wieder hauptquestenmäßig was gefunden. Ja. Äh. Die liegt ne Erkennungsmarke. Im Otto-Katalog. Oh. Krieg ich auch ein? Ja, aber keine Ahnung. Liegt halt so. Stimmt. Ja, ich glaub nicht, dass das hier mal... Vielleicht war das ja ne frühere Siedlung. Die haben Telefon gefunden, aber keine Raumpost. Hm. Ich glaub, die da drüben, sie sind, äh, feindlich da vorne. Ja, das sind vier Stück, ne? Ja. Aber ich muss doch heilen, irgendwie. Ah. Was ist das eigentlich? Hm. Die gucken schon so komisch. Die kommen schon wieder so hergelaufen. Vielleicht müssen wir hier mal, äh, vielleicht müssen wir das hier wieder aufbauen. Wir kriegen ne Questpill, die, äh, Banditen. Mhm. Oder so. Tja, dann geh mal wieder, ne? Ja, ja. Ach. Oh, das arme Vieh. Das war bestimmt majestätisch. Ja. Jetzt hat sich das Bein gebrochen hier. Ja. Stimmt. Oh, dieser Jäger hat mich vielleicht geschockt grad. Mann. Ja, wir hatten heute noch keinen Schockhandel. Das war das erste Mal. Ja. Was ist denn da vorne? Da hast du mal aufbauen? Ne, ne? Was? Ne, das ist einfach nur irgendeine Energiestazone da rum. Ja. Ja, was ist denn? Ist ja auch keine Frage. Das ist irgend so ein... Ne, das ist einfach nur ne Windmühle, glaub ich. Aha. Ach, das ist die Port. Mhm. Jetzt. Jetzt ging's doch irgendwo... lang. Oh. Guck mal kurz Wasser ab. Komm mal runter, ne? Im Herd. Stimmt. Äh. Ja, kein Fleisch. Ich hab noch, glaub ich, ganz viel Fleisch. Kann ich die... Kann ich die Rohrpost wegschicken? Die ist doch hier. Ja. Ja, an der Seite. Soll ich machen? Ja. Jetzt frag ich mich, warum diese Tabletten es nur auf diese Insel gab und nicht auf dem Festland. Ja. 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 Machst du die seedling für die? Oh, cool. Das ist eigentlich da, wo wir eben waren. Wie sollen die jetzt hier Gartenarbeit machen, Sporen schicken, Pilzsporen, damit die auf dem Festland wieder ihre Drogenkonsum wieder befriedigen können, oder was? Ja. Ich hab ja ein bisschen nützlich, wir sind doch nicht nützlich. Sollen wir jetzt die Katastrophe eintämmen? Ja. Dessen müssen wir Pilze sammeln, oder was? Ja, also, das kommt mir grad voll komisch vor. Ja, hier auf dem Festland gibt's Bedarf an Pilzsporen, mach mal. Schick mal rüber. Wirklich, ey. Was ist das denn? Aber eigentlich ist die Gabe, was uns auf der Insel vorgeht, weil da gibt's ja dann unsere Drogen und so. Ja. Und wenn das eingedenkt wird, dann gibt's ja unsere Drogen nicht mehr. Ja. Also, ob das jetzt grad da seid, weil, bringt mal. Viel Fros. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab sieben Fleisch. Brauchst du? Ja, ich hab gar kein Fleisch. Ich brauch mindestens zwei. Hm. Ich brauch vielleicht, krieg ich das jetzt hin, dass ich mir auf einmal was machen kann. Trennen. Nee, hab ich nur eins getrennt. Ja. Hey, hoi, hoi. Das ist die Folge. Ich brauch aber so viel nicht. Okay. Das hat auch noch viel Fleisch. Ich hab jetzt noch mal Noga-Gift. Ich brauchst du da mal rein, ne? Sonst hab ich nix auf damit. Ich hab auch noch mal Orangensaft. Was denn mit Orangensaft? Pilze. Also, man braucht sehr viel Pilz für die grünen, äh, Saaren. Ach, nee. Für die anderen auch. Pilze sind hier das Saar. Oh, hab ich das Gefühl. Gemüse. So, Chemikalien hab ich, ne? Wenn ich mal wieder keine Waffen brauche, werde ich die alle darüber packen. Ein Gasbrunner. Hab ich hier vier Stück schon in der Truhe? Oh. Ja, okay, ne? Und dann... Also, du brauchst Sonderpatronen, ne? Der hab ich sechs Stück und sie hab... Ja, ja. Hast du normalen Pistolenpatronen? Ja, ich nehm. Ähm. Wo sind sie denn? Noch reingeschmissen, ja. Ah, ja. Wie kann ich denn alle wärmen? Die gehen alle auf einmal. Können wir das hier nicht reparieren? Guck mal, wir können so eine Räuberjacke können wir reparieren. Oh, 204. Oh, ich hab's. Ich kann meinen Rucksack machen. Oh, mit was? Wie geht dat? Zweimal Pistolen und zweimal Polymer. Der verbessert, ja? Hm. Äh, ja. 65 Kilo kann ich jetzt liegen. Polymer. 5 Kilo mehr, gar nicht? Ja. 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 Kann man den anderen auseinanderbauen? Ich hab den jetzt erstmal da reingeschmissen. Ich hab meine Truhe. Besser. Turmfisch. Oh, was kann ich mir machen? Ich alles mit mir rumschleppe, ey, und essen. Kannst du in das Laden her? Können rumlaufen und unser Essen verkaufen an die Leute. Ja. Aber ich muss noch mal Wasser sammeln. Oder? Ja. Und haben hier unten kein Wasserhahn? Hm. Ein bisschen mit dem Biologen noch reden. Ja. Soll ich mit dem reden? Ich gucke auch gleich. Oder? Ja. Ja. Quackmann Patriarch? Ey, der kann doch mit uns reden. Warum reden die nicht mit uns? Ja, sag doch mal irgendwas mir. Der Biologe Mut maß, dass die im Fleisch enthaltenen Elemente Reste einer einzigartigen Quack-Quack-Art sein könnten. Ich muss diese besondere Spezies finden und Fleisch haben wir doch schon gemacht. Nee, das ist der Quack-Quackmann. Ach, den Quack-Quack-Patriarchen-Insekten-F6 finden. Ja, klar. Aha. Da müssen wir ja noch zwei Karotten finden, ne? Und zwei Bananen. Vielleicht können wir die kaufen. Kann man jetzt Zeug von dem als Belohnung bekommen? Nö, keine Ahnung. Nö, keine Ahnung. Aber ich habe ja noch... Ich muss noch Teile hier irgendwie wegfangen. Schlimmisch gut. Äh. Aha. Ja. Verkaufen. Wofür sind denn diese Schachtel mitteilen? Ist... Weiß man nicht. Ich habe damit's nicht. Was? Deine Bananen. Aber das kostet 60. Verrückt. Wollen wir irgendwas machen? Wollen wir das auspacken? Auseinanderbauen? Jetzt? Ach nee, man kann das nur... Ach so, dann einfach nur die Teile hier. Das ist eine Belohnung, die man bekommt. Jetzt habe ich das verstanden, ey. Was, wie wird? Schachtel mit Teilen, die man immer bekommt. Ja. Äh. Ich glaube, ich habe jetzt erst kapiert. Das ist eine Belohnung, die man bekommt. Was ich mir auseinanderbauen kann für... Also für Geld sozusagen. Sind die bei uns im Dings, oder was? Ja, ja, die habe ich auch schon auseinandergebaut. Ne, ich mach das jetzt. Ich dachte, das sind irgendwelche Baumaterialien. Ach, die kriegen wir da rein, oder was? Ja, das sind... Ich hab die mal aus dem Loot rausgeholt. Aus dem... Ich hab die mal in meine Kiste geschmissen und dann... Ich wusste nicht, dass was da rum die Teile sind. Das Geld sozusagen. Ich hab die mal einen Loot gefunden. Nein. Ich wusste jetzt nicht, dass wir drei Stück schon... Äh... Bekommen haben. Einfach so. Was wollte ich denn machen? Ach, kochen. Kochen. Der ist nicht mehr so. Ich hätte nur noch einen, den zwei Reparaturen. Ja, das geht ja noch. Ich glaub, damit komm ich noch klar. Der hier. Noch ein. Der hier auch noch zwei. Ich hab das alles mal in der Kiste gepackt hier. Wahrscheinlich. Hier, was machen wir denn jetzt? Ich will irgendwas reparieren gehen. Werkbank, Strahl 2, da können wir eine Werkbank reparieren. Vielleicht zum Südstrand Kino, oh no, da haben wir die beiden weg. Machen vielleicht so ne, so ne, so ne Tour vielleicht noch dahin. Sind die Meister der Pilze. Also das war da oben, ne? Der. Hm, ja. Wohin müssen wir jetzt? Guck mal, wenn wir zum Strahl 2 runtergehen, können wir die Werkbank reparieren und dann zum Südstrand Kino weiter. Da können wir auch, äh, was reparieren. Hm, vergessen wir es. Und dann, wenn wir weiter hochgehen, ist, ähm, für den Biologen dieser Materialstingsbums, was wir erledigen müssen. Können wir so ne Tour machen. Also, ja. Okay. Also, ja. Okay. Wir haben den neuen Rucksack auf dem Rücken. Ja, ich sprore hier mal ab. Echt? Sieht da anders aus, der Rucksack? Mhm. Ja. Mhm. So hübsch eigentlich gelacht, ne? So der Himmel. Ja. Hier regnet es zum Glück nicht in dem Spiel, ne? Das ist ja noch nicht aufgefallen. Nee, ich sprore nicht. Oh, Himmels Wilden, was war das denn? Ist einfach aufgetaucht oder was? Was war denn da? Das ist ja noch eine Anemolie-Dingsbums, ist hier einfach... Ach so. Aufgeploppt. Hallo. Hallo. Was ist da denn los? Ich hab keine Ahnung. Es sind drei Stück. Äh. Ich geh über den Hügel. Ja, aber ich glaub, ich weiß nicht, ob man da runterkommt. Am besten schauen, glaub ich, die Straße. Hm. 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 Ach, die Sonne geht auf der Schule. Was hier war das, wo die Stimme im Kopf hat, oder? Ich weiß nicht. Was? Wir müssen da, oder? Was meinst du? Oh, die Stimme hier im Kopf hat. Wo standen wir hier? Ach so, ja, ja, irgendwo hier. Oh, hier ist... Ah! Mann, ey. Was müssen wir jetzt hier nochmal machen? Ach so, das Reparieren hier. Da war irgendwas im Oberstockwerk. Ich muss gleich mal gucken. Was ist das denn? Ein Karma, leichter Waffe, episch. Der Loot ist hier wieder riesig. Ja, wenn ich dadurch aber Fähigkeitenpunkte bekomme jetzt... Wie soll das ein Ventilator sein? Ne? Hier. Verstehe ich nicht. Aber diese Scheren brauchen wir doch jetzt eigentlich nicht mehr, ne? Ne. Ach so, ich hab schon mal auch ganz viele. Entschuldigung. Oh, hier ist aber... Hier sind aber viele Gemüsesachen. Die auch Karotten? Sie haben Karotten. Hier ist ein Karotten. Ah! Eins, ne? Ne, nimm dir, ist auch noch eins. Ja toll. Jetzt brauchen wir nur noch... Bananen. Bananen. Wir müssen mal in die Schränke reinkommen. Ich guck eigentlich in alles rein. Ja. Hier. Hey. Ich hab's doch noch mehr Gebäude. Das ist mal für ihn. Oder in der Bergbank oder so. Ich hab den Transformator in dem Raum im Moment auch nicht. Kann ich auseinanderbauen. Ja. Ohne Bohrmaschine zurück. Ohne Bohrmaschine. Ich weiß nicht, was ich mit dem ganzen Kaninchen soll, ne? Hier ist noch ne Bohrmaschine. Raus, Bohrmaschinen? Nö, 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 nö. Hier ist noch einer. Oh, Perlgrau. Oh, perlgrau. Oh, perlgrau. Entschuldigen Sie. Na? Na? Hier mach ich die Nebel schnippt, aber dann pack ich die in meine Truhe. Oh, da hast du Bananen gefunden. Oh, da hast du Bananen gefunden. Okay. Ich tinde noch höher. Ja. Pernrohr. Seltene IP. Ja, gut. Hier ist nur voll viel Pilze. Warum nehme ich einfach von denen welche? Äh. So, als nächstes müssen wir... Ich weiß nicht, die sind auch gar nicht lange gegangen, ne? Beim Südstrand Kino weiter. Nee, können wir ja mal. Ja. Einfach auf der Straße folgen. Oh. Ich muss mal was trinken und essen. Ja, da hab ich schon Sapfelsaft und Traumensaft so viel. Hä? Verstehe ich nicht. Äh, okay. Die uns am Anfang ja irgendwie voll fertig gemacht haben, die hier, ne? Ja. Ja. Einfach. Kieks! Ich kann ja kurz Kräuert hier machen. Hier steht Hütstrand Kino, hier lang. Ja. Aber da geht man am Strand lang. Und wir wollten ja da... Ja, dann nennen wir die andere Route. Hier steht Werkwerk der blutigen Kristalle. Das klingt aber echt sehr verlockend. Okay. Komm ihn! Ich nehm nur das Fleisch. Okay. Oh, sieh hoch, wie ist das denn? Ha? Was ist ja wie? Warte. Oh, da kommt der Dauer. Hey, ne Sapsis. Sapsis. Ja, Sapsispeicher, hast du schon einen? Ja, hab ich schon. Okay, dann nehm ich alles. Lämmen ab. Achso, hatte ich auch. Achtung! Ich bin ja ne Bohrmaschine, ich geh kaputt. Also, wie kann man noch mal, was kann man denn so einen Kraftangriff noch mal machen? Ja, weiß ich auch nicht. Gedrückt halten? Schlecht? Oh, keine Ahnung. Ich wusste nicht. Du Mann, 220. Ich will da gar nichts aus wie bei der mir. Na, 305. Aber das kann leuchten. Das kann leuchten. Dieses Achswerfer, ne? Das wird dann immer ständig angeboten. Ein Knüppelbrecheisenhammer sind jetzt, äh... Ah, je. 42. Ja, Axt. Gut, dann nehm ich die mit. Kann man Sachen draus machen. Oh, da, die kann ich nicht mehr schleppen. Hier. Beim Mörder ist das. Sie haben gelernt, unbemerkt zu töten und zu betäuben. Stealthangriff tötet einfache Gegner und betäubt die stark und fügt ihnen zusätzlichen Schaden zu. Dann nehm ich doch vor uns. Was ist denn das jetzt her? Schaltkreise. Hä? Und das hier? Was ist das hier? Oh, no. Ich glaube, ich muss die Bohrmaschinen kaputt machen. Was ist denn da, Nimi? Das ist mir so eine. Bessere Belohnung bei Auftragsausführung. Ich kriege mal einfach mehr Teile, ne? Sehe ich, wie ich leid. Hoffnung zum Pflanzgemüse besser zu sehen. Ich glaube, ich nehme das mit den... Ja. Ich habe leider immer noch nicht das mit den Autos bekommen. Ach so, Perks, ja, genau. Gibt's ja noch. Äh, ja, weiß ich. Keine Ahnung. Ihre Augen haben sich ans Dunkel gewöhnt. Sie können nachts besser sehen. Gut, finde ich gut. Achswerferläufer 2. Das Schönegetreten hat ihre Ausdauer noch mehr. Ne. Habe ich jetzt Läufer genommen? No. Sie haben den Umgang mit Artefakten erlernen und können eins bei sich tragen. Hä? Was? Warum kriegst du denn immer das gute Scheiß und ich kriege immer so ein scheiß anderes Scheiß? Ich weiß nicht. Wir können es mit Nahkampfwaffen werfen. Bei aktivem Block. Drücken, also Mausrad drücken, um den Wurf vorzubereiten. Zum Werfen der Waffe Maustrag, Mausrad loslassen oder zum Aufheben Block loslassen. Ähm. Naja, vielleicht wird es ja mal nützlich. Was ist denn jetzt los? Wolfsauge. Ihr Seelfisch hat sich auf der Insel enorm verbessert. Ne. Partner. Ihr Verhandlungsgeschick ermöglicht das Aushandeln in besseren Bedingungen für Aufträge. Oh. Die Versicherung der Finanzen ist bei Gefahr sehr wichtig. Hä? Die Wahrscheinlichkeit, die Bauteile im Todesfall zu behalten, ist gleich 30 Prozent. Oh, hast du deine Bauteile verloren? Keine Ahnung. Als du gestorben bist. Aber ich konnte dich ja... Ja, du hast du wiederbelebt, ne? Ja. Hier ist eine Marke drin. Bessere Bedingungen für Aufträge. Ja, da ist eine Marke auf dem Tisch. Oh, da ist ein Müllheim war nix drin. Ja. Eine Banale liegt hier auf dem Tisch. Nee. Doch. Wir müssen auf den Tisch nachgucken. Ein Kühlschrank. Hey, du Fisch. Pilzragut, kennst du schon? Ja, ja. Ist eigentlich ein Rezept drin. Oh, da stehen zwei Leute davor. Was ist das denn hier? Das hat auch gar keinen Namen. Das ist ein Kristallding's Bumsbergwerk. Wo ist das sie? Ah ja. Da drin sind welche. Komm, wir gucken uns das mal an. Hallo. Hallo. Ich hab den sofort töten können, wenn ich mich hinten angeschlägt bin. Ich schleiche mich mal an den an, ja? Ja. Weil der dreht sich jetzt um. Ah, ist so spät. Okay, das können wir mir mitnehmen. Das können wir auseinanderbauen. Ich bin gar nicht da. Das ist Polymer. Das nehme ich auch mit. Das machen wir Koffer. Das kann er wollen. Oh. 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 Das hat geklappt. Echt? Ja, ja. Du hast voll den Mega-Schlag abgezogen. Ja. Ja, meine. Jetzt müsste ich die betäuben. Habe ich die nicht ausgewählt, die wir eigentlich haben? Die betäuben und so? Weiß ich gar nicht. Habe ich nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher. Brauchst eine Brechtstange. Das kostet die 1,5. Äh, wiegt die? Ich habe hier die 1,4. Und wir können die Sachen machen mit dem krassen Kram hier. Ähm. Brauchen wir, glaube ich. Ist das. Äh. Ja. Hm. 305. Wollen wir das dann? Ja. Okay. Okay. Tut. Ist alles komplett hier. Wo bist du? Ich bin da in die Höhle reingeladen. Ja. War nur so. Es. Kommt einer den, den, den Weg runter. Oh, hier sind Pilze. Oh. Aua. Was? Wo? Wo? Ach, der hat geschossen. Die machen die so kaputt, ne? Was ist mit ihm denn? Der ist einfach. Der ist... Nee, nicht. Nee, ich geh. Ich habe übrigens Sonderpatronen gefunden. Ach. Oh, da ist so ein Hörbacher drin. Brauchst du ein Hörbacher? Nee, ich habe einen schon. So, hier in der Hand. Den rausgemacht, ja. Was wiegt der denn? Nee, kann ich nicht mehr tragen, ne? Alter, wie habe ich denn eine Brechstange, ne? Oh, ich muss mal gucken. Merken wir das noch nicht. Ach, nee, ist ein Ölkonne. Na gut. 290. Ich bleib bei der Brechstange. Die kann man verdicken. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin so viel Bohrmaschinen. Ich werde die jetzt auseinanderbauen. Ich habe jetzt auch noch eine. Also die... Ich brauche mich auch an die Kiste. Ja. Sag mal, müssen wir jetzt hier eigentlich reinlaufen? Eigentlich nicht, ne? Da habe ich noch vier in der Dings. Komm, hier wahrscheinlich wieder raus. Wir können ja wieder zurücklaufen. Ich würde jetzt nicht durch die Gesandhöhle laufen wollen. Nee, ich auch nicht. Wenn wir eine Quest dafür bekommen, ja, aber so... Ja. Prellung der... der Hand. Oh. Oh, hier. Oh, hier. müssen wir jetzt essen. Ich habe mich da mit meinem Tonfischbrot versämmelt. Wahrscheinlich. Wir haben ja auch viel ausgeschüttet. Ach, das ist da runtergerollt. Was ist das denn da oben? Für ein Zeichen. Ein Hinstandkinder. Ach, schon. Drei Leute. Ich habe meine Waffen weggeschmissen. Oh, was? Hast du die da nicht mehr? Dann muss man halt auch... Na, die liegt da hinten. Hast du noch eine? Dann werde ich mich anschleichen. Boah, die habe ich sofort getötet. Echt? Ja, ich habe so ein Perk-Ohr gemacht. Wenn man sich anschleicht, dann sterben die sofort schwache Gegner. Ach, krass. Gut, dass wir einen besseren Rucksack haben, sonst wäre ich das Schwierer und verzweifeln. Was ist denn hier drin? Kann es sein, dass der Schrott, den wir rumträgt, irgendwie ein Gewicht hat? Einzel? Weiß ich nicht. Man kann den doch auch nicht in die Truhe packen. Nee. Was sind wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Äh, ein Bauplan-Helper-Stock. So. Hast du schon gelernt, Gott? Nee. Ach, okay. Wir müssen wieder weiterlaufen. Wir müssen noch kurz was trinken. Oh, wo bist du hin? Da. Oh, schatzt hier nicht. Was hab ich denn da an? Ein Verlichter. Ja. Ich krieg das Kräuter-Stock hier nicht. Nee, von mir auch nicht. Ah. Wo ist das? Also. Tschüss. Ja. Ach, äh. Ja. Ja. Was ist das? Ich weiß ja nicht, wem der angreift, ne? Nee, ich dachte auch, du stehst vorne und dann läuft eigentlich nicht mehr rund. Hier oben war ein Händler, ne? Was soll ich das Zeichen? Hallo? Der verkauft nur Essen? Oh, ne, andere Sachen. Ey, ja geil, ich hab meine Sachen verkauft. Ja, geil. Äh, hier, ne Pistole. Und, äh, achso, ich wollte dir noch ein paar Drohnen geben. Ich hab auch noch ein paar Drohnen, glaub ich. Ja, hier. Ähm, wo sind die denn da? Okay. Tja. Klopft jemand? Hm. Aber ich kann jetzt erst in der Oase dann eine bessere Waffe bauen, weil, ähm, da das bessere Weckzeugkasten, der, weg. Ich kann jetzt wohl noch ein Banane finden, irgendwo. Ohne. Wo wir jetzt zum Lager zurückgehen und... Ich glaub, wir gehen dann das nächste Mal zum Lager zurück. Hä? Ich denk, dass wir zum nächsten, beim nächsten Mal dann zum Lager zurückgehen. Ja, ja, ich suche jetzt hier noch nicht. Was ist das denn überhaupt für ein Zeichen hier? Gut, stimmt. Was ist denn die Legende? Monolith. Heißt Monolith? Was bedeutet denn ein Monolith? Hm? Ah! Oh, Mann. Ah! Die ist immer hier, immer in dieser Hütte. Ja. Ich geh da mal hin hier, ne? Was ist das denn da oben? Ja, das, ne? Hab ich mich auch schon gefragt, was das sein soll. Oh, das haben wir auch bei uns in der, in dem Schlafraum stehen. Ja, aber was macht man hier? Branchen, Lagerbuch aktualisiert. Und jetzt? Ja, und jetzt? Oh. Äh, und jetzt? Da stand ja irgendwas mit Artefakten und so. Vielleicht können wir die da ablegen. Keine Ahnung. Hm. Jetzt auch nichts mit meinen Monolithen oder so. Ja, und ich wüsste jetzt auch nicht... Monolith, Südstrandkino. Hier, Radioapparat. Reparieren Sie die Vorrichtung, damit Sie diese nach dem Tod als Ort der Wiederbelebung auswählen können. Ach so. Ach so. Da brauchen wir ein Radioapparat und ein Kästchen. Dann müssen wir das unten bei uns doch auch bestimmt reparieren im Bunker. Oder der ist schon ganz. Kann sein. Wir sind halt noch nicht gestorben dann, ne? Ja. Ne, wir waren ja noch nicht gestorben, seitdem wir da sind. Ne. Okay. Hier in dem Dings den Sonderpatron. Ne Fruchtexplosion. In der ersten Kiste hier. Was ist das? Transformator. Knie schon. Oh, wir müssen jetzt zu dem Dücken, ne? Oh. Ne Lunge. Aber da gehen wir dann beim nächsten Mal hin, ne? Und da gegen den Kroakronen, Patriarchen kämpfen. Ja. Könnt's ja hier auslocken. Ja. Hier ist schöne Musik. Und ich will euch da auch schöne Musik haben. Wo bist du? Hier auch. Ja. Ja. Ah! Oh Gott. Oh, hier ist noch voll viel Zeit. Ja. Hier ist schön. Ja. Die Musik ist auch nicht so schön. Keine Banane. Tja, okay. Gut, dann, ähm, ja. Ja, das war hier mal kurz und dann, ähm... Oh, ich bin wieder schockt, ey. Dann sehr, ähm, viel Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heiß. Erschrecken, wenn wir uns gar nicht erschrecken. Ja, ja. Ja. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020